Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel Abdullah Gedi. Heute geht es um Fokus beim Kraftsport für den Fußballer. Um deine Leistung auf dem Fußballplatz zu optimieren, sind spezielle Übungen, die sich an der maximalen Schnellkraft orientieren, besonders empfehlenswert die Stärkung der Beine, Bauchmuskulatur und den unteren Rücken sollte dabei im Fokus liegen. Danke, ihr wart wieder ein erfreundes Publikum. Über Likes, Kommentare haben wir uns. Ich würde mich sehr freuen. What the? Hashtag Yuki